ein herzliches willkommen zu einem weiteren fifa 19 der metze power league one spiel mit dabei ist der enig mit sturm graz hallo und meine wenigkeit mit salzburg ja salzburg gegen sturm graz das nächste highlight steht am graben dritte derzeit jetzt eben gegen den siebten wohnen probiert sind ja der steht heute in der startformation von anfang an ja sturm graz eines von zwei teams das noch nicht verloren hat zudem die wenigsten gegentreffer bekommen aber auch einer der wenigsten geschossen sturm spielen fall nicht so viel an treffern könnte sich natürlich hier ändern wir werden sehen sage ich jetzt ein bisschen wackel und glaube ich schiedsrichter sagt gleich von anfang an wie es ausschaut oh so wollte ich das nicht fast hätte er sich davor geschummelt und kann auch das hat was und das ist kein fall so 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 Oh. Oops. Ugh. Oops. Ugh. Oops. Oh. Oh. Und gerade noch dazwischen. Okay. Was? Alter. Ort dich da hier, Benachteiligung von Salzburg. Schönes im Handel. Schönes im Handel. Ah. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel mit einigen Chancen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel mit einigen Chancen. Oh. Na ja, Torschhausen gibt es nicht zu viel. Also richtige Knallertorschhausen. Sagen wir so. Sagen wir so. Mit schönen Spielzonen. Das ist schön. Ah. Das war jetzt ja schon rausgespielt. Hosiner. Und hier Länder. Jetzt hat er sich schön langsam verdient. Jetzt ist er da bei Torschützen für ihn dabei. Sturm. Oh. Ja, Salzburg kriselt ein bisschen, aber kann man nicht wirklich krisen nennen. Unentschieden gegen Lask. In dem letzten Spiel dann verloren gegen Hartberg. Oh, ganz sicher nicht. Oh. 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 ja oder nicht mehr gekommen oder wie oft folgt wie oft folgt dennoch jetzt gibt es die karte wie oft folgt dennoch oder was abseits gescheißen oder wir folgt den debout noch heute und es gibt nichts vor der war schön der war schön dieser pass war sehr schön das war nicht schön das war ja ja aber war man so gescheißen habe ich mich schon drückt hat ehrlich gesagt oder gelbe karte nur ja rot war es keine aber gute distanz 18 meter und ulma ja stummkratz führt also 1 zu 0 würden sich eben damit vorzeitig mal an die tabelle nach vorschieben wieder so verbleiben oh 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 der hatte schon mal gelb und verwandt oder 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 also ich meine ich will ja nicht sagen aber das ist schon eine extreme bevorzugung vom sturm aber da muss er ja nicht gelb zeigen für das ich habe schon vorher schon viel gefällt und alles und mir irgendwas gekriegt habe ich aber gekriegt oh um das schuld wird es auch geben nur eine verantwortung oder vorder ich sag nichts mehr ich hab mich nicht so was aufregend und ganz wichtig Nein, ich dachte echt, du rennst weiter. Wäre ich jetzt oder dein Spieler? Was macht er mit dem Kopf, hat er drauf mit dem Schuh? Wo willst du hin? Ja, wird so gefährlich, ich mache es jetzt schon wieder gehen. Ja, spannende Partien hier. Ja, 1-0 ist nicht viel. Ja, die Sturmabwehr ist schwer zum Knacken. Drei Gegentreffer. Mit der Austria-Abwehr, die stärkste Abwehr der Liga. Alter, wo rennst du hin? Oh! War das auch wieder von hinten? Nein, das war kein Fall. Schön rausgekommen. Das war schon von hinten. Das war aber Ball gespielt. Von hinten. Ist ja wurscht, aber Ball gespielt. Nein! Nein! Das war ein Fall. Gott sei Dank hat er auf Vorteil entschieden, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Gott sei Dank hat er nicht weiterspielen lassen. Ah, abpfiffen. Was? Elfer. Ach so. Zack. Das ist ehrlich uncool. Warum? Dass er da Vorteil bei einem Elfer spielen lässt. Aber ist okay. Muss er aber, wenn es nicht der Tor vielleicht ein Tor ergibt. Man macht eine gute Parade vom Spendelhofer. Naja. Elfer ist aber Elfer, oder? Wenn er verschuldet wird. Ja, aber wenn du aufs leere Tor zurennst und der Kuli dich voll mitlehrt und dann pfaffst ab, willst du dich auch vor als Spendel. Das könnte rot geben. War aber nicht letzter Mann eigentlich. Nicht letzter Mann? Na ok, dann kannst du nicht rot geben. Oh, er könnte trotzdem rot geben. Ja, 6.70 Minute. Ich rüge mich. Ich rüge mich eh zu viel auf. Ja. Hätten die Salzburger schon längst einen Tor gemacht. Das sind sie eh eh selber schuld. Einer, was ist jetzt schon wieder? Fall. Ja. Komm. Ich rüge mich. Ich rüge mich. Ja. Ja. Und das ist das und das ist ja war. aber da ist auch noch einer oh schön worin bei der kohle ich habe jetzt echt dachte um auch schon noch von hinten macht einen scherz mein gott dapur du bist du der platz nein nein jetzt reicht's oder wenn ich jetzt noch einen wechsel habe ja ich habe einen wechsel jetzt wenn anderen rausgenommen nein bis dem weiter eiskalt vorbei so 5 minuten noch uuuh uuuh oh schön nein nicht schön na das war nicht schön du hattest weiterlaufen müssen ja nein gott sei dank oh mein gott absatz durch das anschießen das ganze war das gibt es nicht das gibt es echt nicht geh doch scheißen Schiri komm fach ab Schiri oh mein Gott was für ein Sieg bei Salzburg hier Sturm jubelt natürlich die sind jetzt Tabellenführer Salzburg kann das gar nicht freuen die sind jetzt mittlerweile schon 14er hinter den Grazern ja das muss man jetzt doch sagen jetzt deutlich hat es der Schiedsrichter viel mitgeholfen man muss auch sagen Spendlofer hat viel und gut gehalten mit der Hohlung sehen wir hier keine ja wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann ciao